Die Meinungsmacher mit heute, mehr Service in unserer Serie. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind shoppen und gleichzeitig werden Sie da im Einkaufscenter von Profis über Ihre Bildungschancen informiert. Ja, keine verstaubten Amtsräume mehr, sondern Bildungsberatung on Tour. Genau das macht jetzt die Arbeiterkammer Niederösterreich und ist damit wieder einmal einen ganz großen Schritt voraus. Im Shoppingcenter G3 in Gerersdorf hat man diese neue Initiative jetzt gleich mal in die Tat umgesetzt, mit dem Ziel, möglichst viele Bürger über mögliche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bestens zu informieren. Und wir waren mit der Kamera gleich mit dabei. Aus- und Weiterbildung ist der beste Schutz am Arbeitsplatz, sichert quasi den eigenen Job, bringt Riesenchancen im Bereich des Aufstiegs in den Betrieb und vor allem bringt die besseren Karten, wenn es um Lohn- und Gehaltsverhandlungen im eigenen Betrieb geht. Lernen bedeutet Zukunft. Also von jung bis alt für alle das entsprechende Angebot. Und man muss halt die Leute dort abfangen, wo sie gerade sind und dementsprechend gleich Pläne schmieden. Der Zuspruch war sensationell und vor allem weiß man, ein guter Abschluss bewegt das Leben und sichert auch das Einkommen.